Wenden wir uns doch nun direkt dem nächsten Thema zu, welches insbesondere im Hinblick auf die Buchhaltungsregeln sehr bedeutend ist, nämlich das Thema der Rechnungsstellung. Wir sollten uns zuerst einmal aber die Frage stellen, was ist eine Rechnung überhaupt? Ja, das kann ich hier relativ leicht beantworten. Eine Rechnung ist jedes Dokument, das über eine Lieferung oder eine Leistung abrechnet. Der Gesetzgeber legt hier Wert auf die Echtheit der Herkunft, die Unversehrtheit des Inhalts und die Gewährleistung der Lesbarkeit. Okay, verstanden. Aber wie stellt man eine richtige Rechnung überhaupt aus? Was gehört da dazu? Gute Frage. Nächste Frage, würde ich sagen. Aber wir wollen ja nicht so sein und die auch beantworten. Letzten Ende schreibt das Gesetz ganz viele verschiedene Pflichtangaben vor. Und damit ich eine richtige Rechnung ausstellen kann, muss ich diese Pflichtangaben natürlich alle kennen und auch entsprechend umsetzen. Ja, da fallen mir sogar direkt ein paar Pflichtangaben ein. Zum einen natürlich Name und Anschrift, sowohl von dem leistenden Unternehmer als auch von dem Leistungsempfänger, aber auch das Rechnungsdatum bzw. das Leistungsdatum sowie eine fortlaufende Rechnungsnummer, aber auch die Menge bzw. die Art der gelieferten Produkte oder erbrachten Dienstleistungen und natürlich zu guter Letzt der Rechnungsbetrag, aus dem der Steuersatz und die daraus sich ergebende Umsatzsteuer ersichtlich wird. Ja, das waren echt schon ganz viele wesentliche Punkte für die Rechnung. Auf einen möchte ich jetzt noch mal eingehen. Das ist die fortlaufende Rechnungsnummer. Jede Rechnung muss eine eigenständige Rechnungsnummer bekommen und das muss, wie der Name sagt, fortlaufend passieren. Große Vereine oder auch andere Unternehmen haben meistens ein automatisches Rechnungsschreibungsprogramm und das nimmt die fortlaufende Nummerierung eben automatisch auch vor. Aber wenn wir einen kleineren Verein haben, der die Rechnung zum Beispiel mit Word schreibt, dann kann man ganz einfach auch händisch diese fortlaufende Nummerierung machen, indem man zum Beispiel vorne das Jahr hinzufügt, 2024 einen Bindestrich macht und dann durchnummeriert mit 001, 002 und so weiter. Eigentlich gar nicht so schwer, oder? Ja. Ja, jetzt, wo wir das geklärt haben, vielleicht noch ganz kurz, in welcher Form eine Rechnung überhaupt ergehen muss. Denn ob eine Rechnung eben in Papierform oder elektronisch ergeht, ist erst mal unerheblich. Wichtig ist nur, worauf auch immer geachtet werden sollte, dass die Rechnung eben, sobald sie erstellt wurde, nicht mehr veränderbar ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Rechnung elektronisch erstellt, dass man diese eben in PDF-Format ausstellt. Ja, das klingt sinnvoll. Ich möchte zum Abschluss noch mal auf einen Punkt eingehen, weil du hast vorher gesagt, dass wir den Betrag und die Umsatzsteuer auf der Rechnung ausweisen müssen. Ja, jetzt gibt es natürlich Vereine, die nicht der Umsatzsteuer unterliegen, also deren Erlöse nicht mit der Umsatzsteuer belastet sind. Das ist sozusagen die Kleinunternehmerregelung. Was sich dahinter verbirgt, ich glaube, das verschieben wir mal nach hinten. Aber wenn ein Verein diese Regelung in Anspruch nimmt, dann kann er einfach auf der Rechnung unten hinzufügen, kein Umsatzsteuerausweis aufgrund der Kleinunternehmerregelung. Und damit ist demjenigen, der die Rechnung bekommt und vielleicht prüft, habe ich hier einen Vorsteuerabzug? Dann muss er gar nicht groß nachfragen, sondern weiß direkt, warum keine Umsatzsteuer ausgewiesen wird.